Hallo und willkommen zurück zu The Flame in the Flut. Und ja, eigentlich bräuchten wir... ...schimmliche Klumbelbumbel. Ja, wir bräuchten noch einen, dann können wir uns nämlich Benicillin herstellen. Aber den Fallen tun sie uns bestimmt nicht, oder? Was war denn eigentlich, haben wir da... Schau mal kurz, vielleicht ist noch ein stimmlicher Klumpen drin. Leider nicht. Leider, leider nicht. Ah, sie sieht aber auch... Sag mal, war hier eigentlich ein Wolf? Fühl mal dein Gefecht. Sag mal, meine Gute. Sag mal meine Gute... ...Gefäß. Apropos Gefäß. Apropos Gefäß. Wir haben noch ein leeres, oder? Ne, was ist das? Ach, Benzin haben wir da rein. Und da haben wir sauberes Wasser. Okay. Ist in Ordnung. Ja, dann könnten wir eigentlich gleich... Ach ne, können wir nicht. Wollte sagen, können wir gleich noch ein bisschen was trinken. So. Haben wir eigentlich hier schon? Schimmliche! Moment! Wir gehen erst mal rüber, damit wir das... Wartet mal kurz, wir brauchen Benicillin. Ja, euch, ihr seid auch gleich dran. Ich brauche jetzt mal das Feuer. Hier haben wir Feuer, ne? So, dann... Setz dich mal. Ja, durstig. Das heißt, sehr durstig. So, Benicillin. Mach mal so, Martin. Und ein Steinmesser... Vielleicht... Ja. So, ja. Verlassen. Wollen wir uns die Kohle noch mit... Wartet halt, wir müssen erst... Wo ist Benicillin? Benicillin, Benicillin, Benicillin... Hier. Gut. So, jetzt sieht es wieder super aus. Sie ist das blödende Leben. Ein Traum. Wir nehmen uns mal noch die Kohle mit. Ich weiß noch nicht, warum, aber... Man weiß es ja nie. So, und dann schauen wir hier hinten, ne? Und... Ach, hier war doch noch eine Feder. Könntest du? Könntest du? Könntest du? Endlich! Geht uns Federn. Schlafen wollen wir nicht. Suchen. Lumpen, ja. Feuerstein ist auch immer gut. Das Gebiet hier ist echt super. Und vor allen Dingen... Vor allen Dingen haben wir hier ein bisschen was... Wir brauchen was zu essen. Haben wir noch was zu essen? Warte, schau mal. Wir werden mal... Wo waren die Hasen hier? Wir haben doch, glaube ich, noch ein... Ne, hier nicht. Obwohl, wir haben noch gekochtes Fleisch. Könnten wir eigentlich essen. Gut. Aber wir holen uns mal noch einen Hasen. Wie war denn das? Wo ist denn unsere... Wir haben doch eine Falle irgendwo. Ich hatte doch noch eine... Ach, hier. Läden fangen? Warum sollte ich das? Warum sollte ich die Läden fangen? Ich meine, die muss ich doch dann sowieso wieder... Ach, nachts kommt immer der Wolf. Und wenn wir hier am Feuer gehen? Haha. Schweinebacke. Schweinebacke, Schweinebacke, Schweinebacke. Geh weg. Was ist mit meinem Feuer? Ist das Feuer aus? Aha. Oh, verdammt. Der hat unsere... Warte jetzt mal. Wir gehen mal hier rein. Au. Wir schlafen mal... ...in vier Stunden. Ist da wieder Tag? Aber warte jetzt mal. Da waren doch noch Bröte. Ach, ne, leer. Ja, danke. Vielen herzlichen Dank, du blöder Wolf. Das habe ich natürlich jetzt nicht bedacht. Ah, die, die ist schon wieder da. Ist immer noch Nacht. Geh weg. Blödes Viech. Geh weg. Du sollst weg. Au. Der lässt sich gar nicht mehr abwehren. Schweinebacke. Das hat jetzt natürlich sehr viel gebracht. Wir werden erst mal das Floß... Hm. Hm. Woher wissen wir denn eigentlich... Ach, ne, es ist Nacht. Wir sehen es noch. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus hier? Verletzungen. Ne, es hat es kümmer, glaube ich, sogar. Eine Hasenfellmütze. Hm. Was haben wir denn eigentlich zur Zeit? Wir haben eine Strickmütze. Und ist die Hasenfellmütze besser? Das ist mir natürlich nicht, ne. Er ist halt wärmer, ne. Aber ich brauche den Nähsatz, um ehrlich zu sein. Ich brauche den Nähsatz, um mich selbst zu heilen, ne. Jetzt haben wir nur noch einen Steinhammer, ne. Den erstellen wir mal. Okay. Was braucht man für Schnee? Für die Nähe... Oh Mann. Das ist echt blöd. Eine Angelschnur. Ach so, wir wollten ja hier... Ne, nicht... Nein, wir wollten noch nicht fort. Ah, ich dumm Kopf. Ne, geh nochmal hin. Geh nochmal hin. Geh nochmal hin. Nein, ich will noch nicht fort. Ich will da noch nicht fort. Ich dumm Kopf. Gerade jetzt. Sag mal. Ach, so ein Mist. Was ist denn eigentlich hier? So ein Mist. Das könnte mich schon wieder erinnern können. Wisst ihr das? Na ja, jetzt sind wir wieder auf Touren. Und wir haben kein Essen. Und wir haben kein Essen. Und wir haben unser Kleindier voller. Das wird wahnsinnig. Das wird wahnsinnig. So ein Mist. Warte mal. Können wir noch was essen? Au. Ach, du grüne Mann. Warte mal. Wie war denn das mit der Ruderei? Ah, das weiß ich. Jetzt wusste ich nur mal die Taste für die Ruderei. Jetzt ist alles aus dem Ruder gelaufen. So ein blöder Mist. Ah. Verdammt und zugenäuert. Das war ein Mist. Können wir mich jetzt schon wieder erinnern. Ah. Ja, gut. Danke. Jetzt haben wir es. Au. Jetzt kommen wir nur zu so einem Ding. Ich meine, okay. Damit können wir unser Floß wieder ein bisschen reparieren. Das hat so gut geklappt. Und dann mache ich so einen Blödsinn. Warte mal kurz. Da komme ich nicht hin, ne? Ja, klar. War ja klar. Ich muss mich hier konzentrieren. Krankheit. Ja, wir haben ja verhungern, ne? Ah, wir hätten ja auch so... Ich glaube, das war es. Ja, nur weil ich einmal falsch gedrückt habe. Nur deshalb. Tut mir leid. Tut mir echt leid. Gut. Vielen Dank.